Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Wir sind jetzt wieder an der Stelle, wo wir im letzten Pound gefailt haben. Tja, könnte gut sein, dass die beiden mich jetzt wieder fertig machen. Ich will mich da jetzt noch nicht festlegen. Vor allem, weil ich nicht sofort angreifen kann. Warum ich nicht angreifen kann, das weiß man nicht. Komm. So, Monado Verzauberung, los geht's. Okay, die haben es nur auf mich abgesehen. So, die habe ich verstärkt. Jetzt zeig mal was. Einer schwankt sogar. Ryan hat ihn umgeworfen. Ryan hat ihn umgeworfen. Komm. Und macht. Hat er wieder standen. Ach, Schade. Natürlich habe ich jetzt genau das benutzt, wie immer. Aber es ist auf den richtigen. Jetzt geht's auf mich. Hat mir jetzt gedacht. Ich weiß nicht. Das wird schon wieder... Verdammt eng. Oh, das ist so stark. Verdammt. Kann ich gerade sagen, heil mich doch mal. Das gibt's doch wohl nicht hier. Ja, was soll ich da machen? Shit. Oh, den einen haben wir gleich. Noch einen schönen Levelanstieg dabei. Es müsste machbar sein. Ich weiß nicht, dass ich jetzt mal richtig draufhauen kann. Ja. Die haben wir. Oh, gar nicht so schlimm. Da frage ich mich doch, was da im letzten Part passiert ist. Was habe ich da falsch gemacht? Oder hatte ich jetzt einfach ein bisschen mehr Glück? Ist wahrscheinlich mit ein bisschen Glück verbunden, das Ganze. Gummianbeterin, okay. Oh, da kommt die große Brücke. Ja, Brücke. Ne, doch nicht. Das ist mal ein Aufzug. Ach, das ist keine Treppe, sondern ein Aufzug. Okay. Auch gut. Ist mir ja im Großen und Ganzen egal. So, wir werden mit einer Sequenz gleich belohnt, nehme ich mal. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Sie sind... gone. Also, wer ist der Blut? Oh, nein. Ah, hier und los. Ich werde mich fangen! Fulk, das ist nicht das? Es ist er, in Ordnung. Er ist derjenige, der Juju genommen hat! Juju und die anderen! Dirig mir, woher sie sind! Du willst den Brat? Na gut, er ist hier! Juju! Er ist noch immer wieder alive, aber ich glaube, dass er nicht sein wird! Sie belong! Wie für die anderen? Na gut, ich konnte einfach nicht helfen. Ich habe sie alle! Willkommen in unserer Banquet Hall! Heute, der Hauptsache ist... Sie! Und wenn ich noch mehr Raum habe, der Brat wird einen liebenden Dessert machen! Murderer! Ich bin Zord, dein Haus heute Abend. Zord? Also, du hast einen Namen? Das ist alles, was sie alle sagen. Ich kann nicht sagen, dass ich es erinnere, mein Zord. Was bist du? Oh, ja! Ja! Es ist gut, zu sehen, frische Fleisch auf der Bühne. Es ist gut, zu sehen, frische Fleisch auf der Bühne. Gado! Gado! Die anderen! Die anderen! Das ist gut! 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 Du gehst weg! Das ist gut! Du wirst nicht nur hier stehen, wartet, um zu essen zu werden. Aber Monaco? Du denkst, dass diese Sache mich verletzt? Wie ist das? Ich bin nicht Metal-Base. Du musst es versuchen, HARDER! Es ist das gleiche wie vorhin. Der Monaco ist nichts gegen diesen Mann. Die effektivste Methode, Großsignal in Schwanken zu bringen, bietet sich also in Angriffsketten. Jeder erfolgreich umgesetzte Zusatzeffekt lässt die Gruppenleiste ansteigen. Auch durch Zurufen steigt die Gruppenleiste an. Drücke im richtigen Augenblick B, um deinen Gefährten im Kampf durch Zurufen beizustehen. Ich bin mir jetzt schon sicher, das schaffe ich nicht. Okay, ich bin mir jetzt schon sicher, das schaffe ich nicht. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie überhaupt ich das machen soll. Aber jetzt so gut wie erledigt sind, lass mich raten. Ja, der muss auf jeden Fall... Ne, doch nicht. Ganz bisschen hält er dann noch aus, aber... Das Spiel ist gerade aufgehangen. Wir können uns mal ein Schild... Mist. Wenn wir die kleinen erstmal weg sind... ... ... ... ... ... ... Ah, geht ja schon damit los, dass ich an einer Tour die Leute wiederbeleben muss. Das ist ja... Da kommen wir ja nicht voran. Ja, das war's schon wieder hier für Madame. Und ich denke mal auch für mich. Aber ich glaube nicht, dass ich einen discounten habe. Meine sind Alright. Ah. Oh. Come on! Die Kaiser! Über die Kiste. Oh. 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 Ich bin der Tag. 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 Das ist der Monado. Komm, wir brauchen dich, Schulk. Kill Blatt. Kill. Kannst du noch ein Kampf? Ja. Schulk. Das war ein Wahnsinn. Everyone, los geht. So. Jetzt können wir uns tatsächlich um den hier kümmern. Oder auch nicht. Da kommen nämlich schon die nächsten. Ja, wunderbar. Ne, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. viel mehr. Ja. Versolle ihm. волard hat meint. Fr奇. ipped male. Jetzt ist bottig. Legingt. Dann werde ich den Part auch da beenden an der Stelle. Also jetzt schon. Geht doch schneller als erwartet. Ja. Ich werde mir was überlegen. Wie ich das mache. Und spätestens dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Macht's gut. Hier war Wollo.